oder aber auch hallo hier ist wieder groß sie mit einem weiteren let's play zum thema seven days to die ja das zuweilen hot crafting game und ich habe ja gesagt ich zeige euch im nächsten video ob ich die nacht überlebe und wie ich überlebe und deswegen starten wir doch einfach mal das spiel und schauen mal was kommt press enter to join the world alles klar so hier bin ich wenn es immer noch so ist wie es vorher war dann sind jetzt die zombies erstmal weg spawnen jetzt aber hier gleich mit der massenweise sobald ich hier aufgetaucht bin es ist jetzt ein uhr ja super habe ich natürlich muss ich jetzt hier erstmal noch ein paar stunden drin verharren bis es wieder hell wird bis ich mich hier überhaupt raus trauen kann das ist natürlich doof ich bin jetzt auch hier oben wenn ich jetzt unten gewesen hätte schon mal anfangen können hätte schon mal in den keller gehen können aber na gut dann gucken wir mal was ich denn schon mal hier meine crafting liste alles schönes machen kann habe ich hier sticks jawohl habe ich wenn ich jetzt hier das hin mache auch vielleicht war es das das falsche holz oder man sagt muss ich das hier nehmen muss dann die sticks oben drauf machen die sticks waren es nicht was muss ich in der oben drauf machen noch mal bretter unten hängen und die sticks oben drauf bringt auch nix was habe ich noch alles einstecken ich habe noch papier einstecken also warte mal jetzt mal erst mal hier das dahin wie in form zu mittel seitlingen gucken wir mal und wenn ich jetzt das dass das dass das so immer dann wären wir bei diesem wie in form mit mittel seit stunden können wir machen stone können aus diesen klumpen wahrscheinlich machen sie an sie an sie an sie an sie an ja die steine brauche ich auf jeden fall er mal rock kann schon nicht daraus machen das ist so eine so eine holz falle glaube ich wohl auch das können wir machen tausend fahren schon wieder die autos herum trunk pine tipp das ist wahrscheinlich aus dem hier ja wohl iron ingots eisenbarren das müssen wir so machen jawohl was ist das was ist das hunting war vielleicht das ist für die für die hunting pistole crossbow bolt ach das ist so ein so ein so ein so ein bolzen wahrscheinlich ich würde mal schätzen vielleicht so und dann noch so das oben drauf nee das auch nicht kämpfeier kämpfeier war mal bei mir noch stehen geblieben ja das ist jetzt die frage wie mache ich dieses kämpfeier jetzt wie mache ich das jetzt was ich auf jeden fall machen sollte wäre mal was essen das mache ich jetzt auch noch so haben wir noch was zum essen sehr schön kann ich das geht mittlerweile auch essen nein das kann ich immer noch nicht essen dann essen wir das hier noch und hauen uns noch ein bisschen wasser rein gut noch mal wieder ein bisschen platz im inventar aber was ich immer noch nicht raus habe heraus habe ist dieses ding hier das ist es schon mal nicht ja was können wir noch nehmen ich habe keine ahnung zwei stöcke das eisending war es nicht da muss ich dann doch noch mal vielleicht doch die auf der homepage gucken und kämpfeier das ist auch wieder so eine sache das ist es nicht ich meine das war mal mit stöcken gewesen vielleicht haben sie es jetzt geändert vielleicht muss ich jetzt das hier da oben drauf machen nee das bringt nix das papier mit papier wird es jetzt gemacht okay das war vorher glaube ich nicht so der fall aber das andere ding fehlt mir immer noch dieser cross bow belt crossbow bolt also wie mache ich den denn das muss ja aus dem gemacht werden können was ich einstecken habe erst mal gucken wie sieht es denn hier überhaupt aus bald wird es wieder hell bald wird es wieder hell also das hier ist schon mal nicht so auch nicht so auch nicht vielleicht auch nur aus dem mittel ne auch nicht oder zwei mittel und ein stick vielleicht also damit auch nicht und habe ich noch das hier einstecken auch nicht schlecht und schlecht gut also schon mal kurz pausen gucken und auch wieder geht so ich habe es rausgefunden ich habe nachgeguckt und zwar geht das moment crossbow feder stock und scrap metal daraus bekommen wir dann bolzen für die armbrust so sieht es aus subi 6 uhr 40 das heißt die sonne geht gleich auf da brauche ich erstmal ein bisschen waffen wo ist eigentlich dieses teil hin wo die textur für gefiltert ach das ist hier mein bett da fehlt irgendwie noch der icon dafür ne oh guck mal jetzt habe ich gar nicht rot vertreten in der hand cooles teil und jetzt habe ich das bett in der hand ok also das bett packe ich mal da rein stone ist nicht so wichtig das wasser pack ich auch mal nach drin was ich vielleicht mal bräuchte wäre eine spitzhacke dafür bräuchte ich natürlich den einen ich krieg leider erst zwei raus das reicht glaube ich noch nicht für eine spitzhacke ja für stecke reicht es wohl auch noch nicht aus dem bekomme ich sowieso keine stecke anscheinend raus dann müssen wir so machen planks man muss jetzt meinen da rein ach jetzt kann ich noch viele viele andere sachen machen also stick kann ich machen daraus das ist das hier dann storage chest ist glaube ich das hier dann kann ich daraus hier äh front metal kann ich hier machen das mache ich daraus ja dann kann ich eine holztier machen vermute ich mal äh so rotendor ne so gut oh schon 8 Uhr ich muss gleich ich muss jetzt erstmal raus also dann machen wir jetzt hier erstmal ein paar Stücke raus und dann haben wir hier eine Feierachse kann ich mir jetzt machen eine Leiter kann ich mir machen äh eine Axt könnte ich mir jetzt machen ne dann lassen wir das erstmal ok alles klar dann erstmal gucken dass ich jetzt hier rauskomme den haue ich einfach mal so kaputt und dann gucken wir mal was hier in der Umgebung ist sowohl ich bräuchte erstmal bräuchte ich äh äh müsste ich mal schauen dass ich mir hier irgendwo in Lager mache weasel mal jetzt er war aber jetzt knapp ich muss laden scheiben klar ist ja jetzt haben sie mich erwischt die nacht überlebt und am tag drauf gegangen ist das nicht super ruiz wollen 321 enthält jetzt muss ich zusehen dass ich darunter kommen mir mein kram wiederholen das war in dem loch da drin irgendwo hier vorne man hat mich direkt um genug so ein bisschen mehr ganz dicht scheibenkaisers press enter to join the world ja jetzt haben wir mal gas geben hier da habe ich nicht ist nicht bekommen was ich wollte muss ich dir mit leben dass ich jetzt ein teil von meinen sachen hier verloren habe eigentlich du kommst erst mal her ja das ist natürlich jetzt richtig dumm gelaufen würde ich mal sagen ich gehe jetzt erst mal noch mal da vorne gucken in der grube wo die grube war da waren da noch so ein paar blöde was macht denn der der hübschen alle somit macht jeder und vor allem was mache ich da schließlich löschen die luft kommt immer auf zu hübschen jetzt da es gibt doch gar nicht dann gibt doch weil er ist mir egal ich habe schon lieber den da der spuckt aber ganz schön weiß hier jetzt muss ich mal gucken ob ich irgendwo painkiller habe ja ja ich soll mal einschalten dann wird er hier da geht es aber ab ich brauche unbedingt eine behausung brauche ich brauche eine behausung wo bin ich denn jetzt hier überhaupt ja da vorne ist noch ein großes häuschen ich gehe mal in die richtung soweit wie es geht mal alles was irgendwie geht mitnehmen da sind wir auch mit da vorne müsste irgendwo noch ein großes hütchen sein dann gehe ich jetzt da mal gleich hin genug habe ich jetzt auch dass ich mir da gleich eine spitzer gemacht sein das ist auch noch ein bisschen buggy dass der das nicht automatisch da drauf macht die ja ich weiß da kommt der feind also in diese richtung erst mal ja hier in die richtung gibt es ein haus da vorne dann gucken wir mal ob ich da irgendwie unterkommen hier sind ein auto war ja super und das ist so viele schöne sachen drin okay ich lasse das immer einfach alles da drin und da will ich dann merken wo es war ich baue mir hier einfach meinen stützpunkt auf das wäre natürlich auch eine möglichkeit nicht du mein freund nicht du zacki nicht so nicht so wie weit ist das noch bis zu dem haus da vorne das ist auch wieder so ein riesen koloss okay dann mache ich das anders wo bin ich denn hier überhaupt auf der karte okay ich brauche mir jetzt hier erstmal meine operationsbasis hin so dafür brauche ich erstmal hier ein bisschen was warte mal b firex kann ich ja machen so dann habe ich hier zweimal metall wo ist meine firex jetzt hinter alles klar dann auf geht's dann hole ich mir zuerst mal hier holz und mache mir daraus mal einen unterschlupf ich habe alles voll so wie es aussieht ja okay dann lassen wir den stein erst nochmal hier also ich brauche bäume ich brauche bäume ich brauche holz damit ja für die erste nacht mal ein bisschen was zu bauen was natürlich im moment ein bisschen schwierig ist weil ja ich glaube ich werde hier so ein vorhandenes teil daneben wo schon mal was ist und werde das ein bisschen ausbauen wie später was halbe vier ein bisschen holz brauche ich auf jeden fall noch das reicht nämlich nicht ich nehme hier einfach mal so ein teil da was hier schon ist und mache mir daraus tut das ein bisschen erweitern genau du 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 okay dann fangen wir mal an zu bauen wilde schwede kommt ja schon wieder so dämlicher hunde okay also so ein ding hier hier war der safe nehmen wir einfach mal das hier dafür brauche ich eine spitzhage okay gott alles klar dafür brauche ich auch eine spitzhage okay 16 49 ok gut ihr wollt mich ärgern alles klar dann ärgert mich doch nur deswegen muss erstmal aus dem weg dann ist es immer hier unten erst mal ein steinchen hin und dann brauche ich bretter und daraus kriegen wir dann hier dieses holz welches holz ist jetzt stabiler das ist jetzt hier die frage schmeiße ich jetzt mal weg das daher welches holz ist stabiler das werden wir mal austesten also es ist jetzt mal hier ein davon hin und hier mal erstes mal kurz habe ich wieder einen freien platz und dann haben wir mal dauert ein bisschen was trinken wieder wieder da oben rein und dann jetzt den mal verkloppen also der andere ist definitiv stabiler der braun oder er wollte und dann bauen das wird zeit das wird zeit das wird nämlich bald dunkel ich möchte im dunkel nicht mehr irgendwo draußen rum das sieht ja schon mal nicht schlecht aus stimmt sie kommen jetzt hier hoch gekrapselt also muss ich zusehen dass ich auch nicht nur das ganze hochbau sondern nur das wichtigste ist mir noch auch ein dach drüber machen deswegen brauche ich das jetzt hier ich brauche jetzt hier mein dach mich auf Vielen Dank. Was auch noch wichtig wäre, ich brauche Gesundheit. Was auch noch wichtig wäre, Licht. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich es irgendwie schaffe. Oldwoods. Hier ist noch was von dem. Sehr gut. Wo ist es hin? Hier. Was ist die Pistole? Halt doch mal still. Das geht tief, das geht tief, das sind zu viele. Mist. Was ein Elend. Jetzt komme ich wahrscheinlich da raus, wo ich vorher wieder war. Super. Mein Wood ist weg. Ich habe nur noch das hier. Ja, dann gibt es noch eins. Mich hier für barrikadieren wieder. Und abwarten. Und die Nacht wieder abwarten. Die Nacht wieder rumtickern lassen. Habe ich noch Waffen einstecken? Ja, Waffen habe ich wenigstens noch ein paar. Gott sei Dank wenigstens das noch. Und jetzt gehen wir nämlich auch noch ein bisschen. Ach ja. So kann es gehen. Meine Feuerachse ist weg. Alles ist weg. Mist. Mist, 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 Mist. Also das Spiel ist wesentlich noch härter geworden wie vorher. So ist das. Noch härter geworden wie vorher. Ja. Ja, 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 ja. Vielleicht sollte ich doch hier in dem Haus bleiben. Gar nicht erst großartig rumeiern, sondern hier in dem Haus mal unten im Erdgeschoss direkt eine Basis errichten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ah, warte mal. Wie heißt das Ding? Oldwood. Long Cabin Wood heißt das Ding. Wo ist es denn hin? Long Cabin Wood hier. Da machen wir mal so viel wie geht. Da habe ich auf jeden Fall schon mal genug Baumaterial, wenn es den Morgen losgeht. Haha. Das ist was Crap Metal Door könnte ich jetzt machen. Weil ich jetzt nicht mache. Ich will das Ganze nur freigeschaltet haben. Jawoll. Und ich könnte mal eine Leiter aus Stücken. hier gehe dann so. Das ist echt blöd mit den Zombies, dass ich jetzt die Wände hochkomme und das mache und das mache und das mache. Und ach, wie schön ist das denn. So, jetzt läuft es auch wieder. Dann könnte ich mir noch eine Oil Barrel machen. Ja. Dann könnte ich mir noch machen eine Scrap Metal Wall. Ja, auch die. Dann könnte ich mir noch machen ein Spiked Cube. Der ist glaube ich hier mit Scrap Metal. Ja. Mal gucken was ich mir noch machen kann. Ein Wooden Cube. Das ist so und ich vermute mal so. Ne. Das ist schon mal nicht. Ich habe auch schon mal andere dabei. Große habe ich schon nicht mehr dabei. Hier den Scrap Metal. Das bringt gar nichts. Das war schon nicht. Ah so. Ah ja. Das war das, was ich jetzt erst mal machen kann. Okay. Dann gucken wir mal wo die zum Biss rum eiern. Ne. Nicht hier im Moment. Okay. Dann mache ich mir, versuche ich mir noch mal mein Iron Ingo zu machen. Ah. Jetzt könnte ich mir eine Gardening Home machen. Ja. Oder vielleicht auch ein Slash Himmer. Eine meiner Lieblingswochen gegen Zombies. Und ich hoffe auch irgendwo meine Pick-Achse. Meine Pick-Achse kann ich noch nicht machen. Wo sind meine Pick-Achse? Wieso kann ich die noch nicht machen? Hallo? Wieso kann ich jetzt keine Pick-Achse machen? Die war da vorher auch so. Was ist das für ein Käse? Brauche ich denn noch ein Mittel mehr dafür? Keine Ahnung. Dann hat mich vielleicht das Rezept geendet. Ja, ja. Ihr Zombies, ihr Bösen. 2.25 Uhr. Bald wird es wieder hell. Aber. Äh. Ja. Was am nächsten Tag abgeht. Sonst wird auch die Folge zu lange. Äh. Sehen wir in der nächsten Folge. Was am nächsten Tag so passiert. Aloha.